Es ist dem Feind gelungen, die Front in Breiterformation zu durchbrechen. Im Süden hat der Gegner Zossen genommen und stößt auf Starnsdorf vor. Der Feind operiert jetzt am nördlichen Stadtrand zwischen Frohnau und Pankow und im Osten ist der Feind bis zur Linie Lichtenberg-Marsdorf-Karlshorst gelangt. Mit dem Angriff Steiner wird das alles in Ordnung kommen. Mein Führer, Steiner... Steiner konnte nicht genügend Kräfte für einen Angriff massieren. Der Angriff Steiner ist nicht erfolgt. Es bleiben im Raum Keitel, Jodl, Krebs und Borddorf. Das war ein Befehl! Der Angriff Steiner war ein Befehl! Wer schickt sie? Der Angriff Steiner war ein Befehl! Der Angriff Steiner war ein Befehl! Mein Führer, ich kann nicht zulassen, dass Sie Soldaten, die für Sie verbrechen... Ich sei Feiglinge! Verreiter, Versager! Mein Führer, was Sie da sagen, ist ungeheuerlich. Die Kinderland ist der Geschmolz des deutschen Volkes! Sie sind ohne Ehre! Sie nennen sich Generale, weil Sie Jahre auf Militärakademie in Zug gebracht haben, nur um zu lernen, wie man Messer und Gabel hält. Ja, aber wie lange, dass das meine Firmale Aktionen nur behältst! Es hat mich geben, nur als festgelegten Widerstand! Ich habe weggelegt! Ich hatte gut daran getan, um jahre alle höhere Offiziere liquidieren zu lassen, wie Stalin! Ich war nie auf einer Akademie. Und doch habe ich allein, allein auf mich gestellt, ganz Europa erobert! Verreiter! Von allem Anfang an bin ich nur verraten und betrogen worden! Es wurde ein ungeheuerer Verrat geübt am deutschen Volke! Aber alle dieser Verreiter werden bezahlen! Mit ihrem eigenen Blut werden sie bezahlen! Sie werden das Zoffen in ihrem eigenen Blut! Bitte gerne! Jetzt beruhig dich doch! Meine Befehle sind in einem Wind gesprochen. Es ist unmöglich, unter diesen Umständen zu führen! Es ist aus! Der Krieg ist verloren! Aber wenn Sie, meine Herren, glauben, dass ich deswegen Berlin verlasse, irren Sie sich gewaltig! Oder du bist die in einem Wind? Und ich würde sie sagen, dass du nicht jemanden aufwenden warst, eine Zeit abwenden, die in der Zeit zu führen! Und ich will nie die Zeit. und ich will sie ein Problem bei dir! Und ich will sie, Und ich will sie mir jetzt helfen! Und ich will sie das!